Vor kurzem habe ich gehört, es gibt mehr als 450 selbstständige Raiffeisenbanken mit mehr als 2000 Bankstellen. Mein erster Gedanke war, wow. Mein zweiter Gedanke war, warum? Und der dritte, 2000 plus mindestens noch eine Bank, denn ich habe meine eigene Raiffeisenbank in meiner Hosentasche. Oder besser gesagt, auf meinem Smartphone, denn mit der Elba-App habe ich meine Giro- und Sparkonten und auch meine hypothetischen Wertpapier-Depots jederzeit im Blick. Ich kann rund um die Uhr meine Bankgeschäfte erledigen und mit meinem persönlichen Berater kommunizieren. Aber wenn ihr mich fragt, dann brauche ich nur die Bank in meiner Hosentasche. Oder zugegeben vielleicht noch eine zweite Bank, in der ich meinen Raiffeisenberater persönlich besuchen kann, denn das ist ja grundsätzlich ein sehr netter Typ. Und das ist ja grundsätzlich ein sehr netter Typ. Und das ist ja grundsätzlich ein sehr netter Typ. Und das ist ja grundsätzlich ein sehr netter Typ. Und das ist ja grundsätzlich ein sehr netter Typ. Und das ist ja grundsätzlich ein sehr netter Typ.